Grüß Gott und herzlich Willkommen bei der Kessel AG in Lenting. Mein Name ist Oliver Schramm. Heute zeigen wir Ihnen die neueste Entwicklung aus dem Kessel Duschrinnenbereich, die Kessel Linearis Compact aus dem Sortiment Kessel Design. Sie erhalten die Linearis Compact in verschiedenen Längen von 300 mm Länge bis hin zu 1150 mm Länge. Mit einer Abflussleistung bis zu 36 Liter pro Minute lassen sich problemlos moderne Bäder mit großen Duschköpfen entwässern. Der serienmäßig mitgelieferte Flansch und die Gewebematte lassen eine dauerhafte Abdichtung im Verbund zu. Durch die höhenverstellbaren Montagefüße lässt sich die Linearis Compact individuell an die verschiedenen Estrichstärken anpassen. Durch die niedrigste Aufbauhöhe von nur 80 mm im Bereich der Abdichtung sogar nur 65 mm ist diese Rinne ideal für den Sanierungsbereich geeignet. Für eine designorientierte Optik sorgen ein hochwertiger Edelstahlrahmen, ein Edelstahlsteg, der sogar wendbar, befließbar und wieder einlegbar ist. Als Zubehör steht Ihnen zur Verfügung ein praktisches Haarsieb und eine wasserlose Schaum-, Ungeziefer- und Geruchssperre Multistop. Bei dem Multistop öffnet sich bei anfallendem Wasser die Klappe und schließt sich wieder, sobald der Wasserstrom unterbrochen wird. Somit ist verhindert, dass aus dem Kanal austretende Gerüche in das Bad gelangen können. Sie sehen, mit diesen Vorteilen eignet sich die neue Kesselduschrimme Linearis Compact speziell im Bereich des barrierefreien Bauens sowohl im Neubau als auch für den wachsenden Bereich der Sanierung ideal. Ab sofort steht Ihnen die Linearis Compact bundesweit flächendeckend bei Ihrem Fachgroßhandel bereit. Achten Sie auf dieses Display.